Dank der EWE und den Wiese Emshallen konnten wir diese besonders große Beklebung realisieren. Die 50 Meter Fensterfront sind natürlich perfekt geeignet für so eine große Kampagne. Das Mosaik-Logo ist das Zentralelement. Da sind 7000 Bilder enthalten. Alles quasi Fan-Bilder, die uns eingesendet wurden und das symbolisiert die Einheit zwischen Fans und Club, die natürlich auch die 20 Jahre ausgemacht haben und auch immer noch ausmachen. Der Ort für die Kampagne ist natürlich perfekt gewählt zwischen der kleinen EWE Arena und der großen EWE Arena. In der kleinen sind wir 2009 Deutscher Meister geworden und 2015 in der großen EWE Arena Pokalsieger erstmalig. Ein besserer Ort eignet sich, glaube ich, nicht für Oldenburg. Große Rolle spielen natürlich unsere vier Legenden, Daniel Strauch, Pavel Beczka, Tyrell McCoy und Ricky Paulding. Denn die Besonderheit ist, dass alle vier Spieler die ganzen 20 Jahre EWE Baskets abdecken. Die kleine EWE Arena. Die kleine EWE Arena sind sehr wichtig. Die kleine EWE Arena sind das 非常 sehr wichtig. Die dritte Edelung ist in der nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.